so ich habe hier eine tüte chips jetzt sind natürlich noch welche hier drin und wenn ich jetzt die tüte chips verschließen möchte dann falte ich die so und dann drehe ich das hier so auf nach hinten ich drehe das einfach so und drehe das nach vorne noch besser und dann jetzt ist die tüte fast luftig verschlossen und die chips bleiben knackig fürs nächste mal